Da war irgendwie, da war, da war, wie gesagt, herzlich willkommen zur Let's Play Live Show, äh, hallo und willkommen übrigens aus der Herren-Sauna. Penis sitten müssen, ne? Ja, Penis sitten, das war ein, das, äh, zu dem Thema kommen wir vielleicht später, es ist noch keine 22 Uhr, aber gut, ja. Ähm, was, bin auch mal wieder da, muss mal, äh, neu starten, alles klar. Ähm, was wollte ich sagen, äh, ihr habt mich jetzt mal in den Penis sitten wieder rausgebracht, ist das so? Genau, wir spielen Battlefield heute, äh, willkommen aus der Herren-Sauna, es ist warm, es ist, boah, äh, dass mein Bildschirm nicht, äh, rechts wegläuft oder links wegläuft, ist das abnormal, ne? Ähm, was irgendwie ist bei der, was irgendwie ist bei allen aus der Party der Ton miserabel? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung, ich muss selber, ich hör da selber mal rein, warte mal, warte. Hallo? Kann jemand mal was, kann jemand mal was sagen? Oh, ja. Katze. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hör da selber mal rein, warte mal, warte. Hallo? Ja, dieser Scheiß. Oh, stimmt. So schlimm, ja? Ja, Roboter-stimmemäßig, alle. Das ist aber sehr merkwürdig. Ah, äh, hallo. Das ist aber sehr merkwürdig. Ich glaub, das liegt dann aber eher an deinen Stream, ne? Ja. Dann müsste ich vielleicht doch deinen Stream nochmal neu starten, ey, das gibt's doch gar nicht. Nein, das ist Marshals Leitung, kann schon immer alles von drin sein. Genau, Marshals Leitung ist es, ja, genau. Äh, ich wüsste sonst nicht, wie ich, äh, warte mal, Party-Einstellung, warte mal, ähm... Da hab ich so zu lang sein gelaufen. Das passt alles, Chat-Einstellung, party, genau, stimme zulassen, ja, Video-Qualität, mhm, mhm. Ich glaub, ich starte den Streamer eben neu auf die Schnelle und dann sind wir gleich wieder da, ja? Und dann geht's los, bis gleich. So, falls was dann auf YouTube kommt oder so, ähm, ja. Es ist, das Video läuft immer noch, ich, die, ja, genau, das, äh, Video läuft immer noch, ich hab ja immer noch die Aufnahme laufen, äh, für die Leute, falls ich das hochladen werde, äh, wir sind noch da, ne? Ist so, ähm, ich schau mal, dass ich den Streamer eben neu starte. Oh, sorry. So. Da ist grad jemand durch meine Streamer gelaufen. War es vielleicht Zipfeleinchen wieder? Nee. Man weiß es nicht. So. Hat man die Streamer nicht gesehen? Ich fand das jetzt echt nett von dir, Sascha, mit den jämsten Chaoten und mich als erstes nennen. Ja, entschuldige, das, ähm, das, äh, ja. Mit den jämsten Chaoten und der Mutti heißt das, so. Hör auf, der Mutti! So, Spür übertragen, ja, ich möchte übertragen. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt besser ist. So. Mal einen Schluck trinken. Mit dem Sachsen, dem Pumu und dem Danone. Ja, Sachsen, Danone. Jo, Danone. Danisane von Danone. Das Geilige ist, alleine, alleine, die Folge schon, die ersten drei Minuten sind schon der Hammer, wenn das auf YouTube kommen sollte, weil, ganz ehrlich. Da sind die Leute schon sich am Wegschmeißen, das ist, äh. Warum? Mach doch keine noch was, wir sind da alle ganz lieb. Penis Hitting, Danisane von Danone, ich renne in deine Claymore. So. In meine Claymore? Ja. Ich hab keine Claymore gelegt, ich bin noch im Startbildschirm. Und, die war's? Ja! Feucht, würdig. Ich, ich, ich hab keine Ahnung. Das ist auch, das ist keine Kunst. Ich hab grad nicht alle. Also, warte mal, ich kann mal eben noch mal hören. Warte mal. Pssst. Ja, hör mal, bitte. Das sind wir noch. Ich hab keine Ahnung, es ist, es ist ein, es ist ein, ja, es ist ein, äh, es ist tödlich. Es ist irgendwie total kretzend und ätzend. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich hab keine Ahnung. Also, an meine Leitung, also, an meine Leitung, glaub ich, kann's nicht liegen. Ja, das ist, äh, ein PlayStation-Problem. Ja gut, da muss ich das, da muss ich ja so machen, dass ich die Party nicht übertrage, weil sonst, äh, ist ja, das ist ja uncool. Das ist ja uncool. Trotzdem hören, wieso, wenn ich die Party nicht übertrage? Ja, das, ja, das ist ein Bug. Das passiert manchmal. Warte mal, Share-Taste, warte, Share-Taste, Übertragungseinstellungen, äh, erweiterte Einstellung, Audio-Aufzeichnung, Party nicht übertragen, nein, möchte ich nicht. So, jetzt mal gucken, was er jetzt sagt, ob, äh, jetzt irgendwas hier kommt von Party. Jetzt müsst ihr mal kurz was sagen, damit ich das mal eben kurz testen kann. Doch, Tatsache, das ist ja krass, das ist ja krass, die Party ist nicht mit übertragen im Stream und trotzdem wird die, okay, lol, das hat aber mit Battlefield, glaub ich, zu tun, ne, kann das sein, weil das hab ich beim anderen Spiel nicht, das hat, glaub ich, mit, Nee, nee, das ist, das, nee, das ist von, das ist egal, das hat, das hängt mit dem System zusammen. Dann ist das wahrscheinlich seit dem letzten System-Update, ne? Das ist wie, das ist, wie es lustig ist. Lol. Ah, wahrscheinlich war vielleicht auch das neue System-Update läuft, kann das auch sein, oder? Wegen der Beta? Vielleicht deswegen? Das hab ich schon, das ist, seitdem, seitdem das war damals, mit dieser Roboter-Stimme an der Party, seitdem ist das Problem auch dort. Boah, das war, alter, das geht aber gar nicht, alter Schwede. Ähm... Nein, das kann doch nicht am Spiel liegen, oder? Doch, ich hab schon einige Sachen erlebt, die am Spiel liegen, die dann zum Beispiel, äh, dieses Murdered Soul Suspect, das hab ich am Let's Play gespielt. Das Problem ist, ich konnte im Stream nicht spielen, weil im Stream wurde gar kein Sound übertragen. Über die Playstation. Auch voll geil. Ja, es war taubstumm. Es war... Nichts, es wurde nichts übertragen. Na, das Spiel hab ich innerhalb von sieben Stunden Platz hingauen. So, ähm... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, also auf der Capture-Card, glaub ich, läuft das ganz normal mit der Party, aber hier im Stream ist ja... Boah, da komm ich schon ins Schwitzen. Es ist so mega warm. Es ist so abnormal. Ähm... Verdammt. Ja, keine Ahnung, es ist natürlich ein bisschen... Bisschen dämlich. Es ist dämlich. Wir sind dämlich. Boah, das klang grad wie, 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 Dauerfeuer hier im... Wir sind dämlich. Es ist dämlich. Das war Dauerfeuer. Ähm... Ja, keine Ahnung, da müssen die... Da müssen die Leutchen einfach mal im Chat schreiben, ob wir das so lassen sollen. Also, ich kann's ja leider nicht ändern. Ähm... Ja, nicht, ja, ist klar. Vielen Dank. Ich klicke jetzt hier erstmal auf... Ich klicke jetzt hier erstmal auf X, um erstmal zu gucken, hier das neue Battlefield-Menü. Willkommen bei Battlefield. Ja, mhm. Schön. Ja, also... Krieg wird vorbereitet. Mhm. Individuelles Spielerlebnis wird erstellt. Verbinde. Inhalt freigeschaltet. Danke, dass du Premiermitglied geworden bist. Äh, ich konnt's gar nicht lesen. Willkommen bei Battlelog. Du bist bei Battlefield 4 mit Battlelog verbunden. Dem Soz-Netzwerk für Battlefield-Spieler. Hier kannst du Freunde finden, die dir Spielstatistiken ansehen und deine Soldaten anpassen. Und danach gehst du noch zum Rewe. Ah, natürlich. Battlelog erfasst die Origin-ID. Die PSN in Klammern SM-Online-ID. Aha, ein Sadomaso-Club also. Die Online-Präsenz sowie statistiken Aktivitäten zu deinem Soldaten. Und gib diesen frei, damit andere Spieler deine Frotschette verfolgen können. Die Daten, die auf Battlefield-Log kommen. Und in der Battlelog-App sichtbar. Wenn du die Privatsphäre-Einstellung anpassen willst, nimm dir einen Moment Zeit, bevor du mit dem Online-Spiel beginnst. Du frisst aber auch ganz schön, kann das sein? Indem du dich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort deines Origin-Kontos EA bei Battlelog anmeldest. Das weiß ich nicht mehr, hab ich vergessen. Guck mal, ich bin instant umgefallen, obwohl er mir durch die Flinze durchgelaufen ist. Was ist das denn hier? Hat er mich noch instant weggeholt. Was ist das denn? Alter, was ist das denn hier? Äh, oh Gott. Naja, also ich muss sagen, aus meiner Sicht, dass ihr aus, als würdest du gerade meine Kugel fressen, weil du Hunger hast. Im Übrigen, das ist das neue Battlefield-Menü. Ähm, oh Gott. Wo komm ich denn bitte zu meinem Soldaten? Äh, um die Waffen zu customizen, oder wie? Ja, ja, oder ist das nur, ach nee, da war nur im Spiel möglich, glaub ich, ne? Ja, wenn du im Server bist. Ja, stimmt. Oh Gott, Alter. Äh, ach, ich kann dir das Spiel wählen. So, ich spiel jetzt erstmal eine Runde Battlefield 1, ne? Ja, tschüss. Willkommen zu Battlefield 1. Ja, die anderen spielen Battlefield 4, äh, ist langweilig. Wir spielen Battlefield 1. Ja, wir sind die Oldies der Spieler aus Vierer. So, Neuigkeiten. Battlefield 1-Bitter beginnt am 31. August. Boah, Double Kill. Flumalinchen, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play the Live Show. De, 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 de. Alter, wir hörten da Dings hier. De, 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 de. Die guten Abendreflex-GR. Ist ja super, dass das Spiel mich anspricht. Finde ich schon mal klasse. Äh, Serverbrowser. Ach, so sieht das aus. Okay, ja. Kürzlich, Favoriten. Ähm, ihr seid im Spiel, oder was? Oder irgendwie... Ja, ja. Du kannst es jetzt rejoinen, wenn du R2 drückst. R2? Was tue ich da? Ah, hier, ach da. R2, da siehst du deine Freunde alle und dann... Ach, um Gottes Willen. Das ist ja plötzlich. Aber wenn wir jetzt... Äh, können Sie mal Central? Nein, ich will nicht das Profil angucken. Wie kann ich denn hier... ...Trupp oder Squad beitreten? Ja, glaube ich. Das steht doch unten hier. Äh, kein Squad verfügbar, neuen Squad erstellen. Hä? Ich bin jetzt schon... Ich bin jetzt schon verwirrt mit dem Menü. Habe ich... Habe ich es nicht am Anfang gesagt? Ich habe es am Anfang gesagt. Du kannst auch auf Server-Browser gehen? Ja, habe ich jetzt. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Tritt es höher bei. So, dann kannst du unten hingehen und da steht Name. Ähm. Vielleicht Party mal neu aufmachen. Ja, können wir gleich mal... Ist da drin? Können wir... Nein, wegen den Soundbugs. Können wir gleich mal probieren. Vielleicht lassen wir mal gleich mal eine neue Party aufmachen. Ich meine, hier stand gerade da, du bist beigetreten. Ja, jetzt, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Ich komme oder ich tritte bei. Dieser Server hat eine höhere Ticketrate, eine höhere Anforderung an Client und Servern. Wir empfehlen höhere Framerate als die aktuellen... Was? Das ist Standard. Ignorieren. Hey, sorry, ich wollte dich nicht vorhin vollspam mit anfragen. Joa, es wird nach einer Zeit relativ nervig. Und vor allen Dingen bist du momentan... Entschuldigung, dass ich es sagen muss, aber der Einzeste, von dem ich immer so viel kriege auf einmal. Äh, ich wollte die Waffe gar nicht. Äh, darf ich nochmal ins Menü gehen? Da musst du sterben. Boost? Was? Nein, ich will keinen Boost. Ich will... Aua! Ey, Sascha, das ist aber schlecht. Alter, dieser... Achso, ich muss noch irgendwas starten. Warte mal. So. Sind wir alleine auf dem Server? Auf dem Server, vor allem. Noch, ja. Auf dem Server, okay. Ähm... So, warte mal, wie stelle ich denn hier alles ein? Äh, oh Gott, das ist so lange her. Anpassen, Vieh-Eck. Ah, ja, hier. Ist ja eh schon zu Ende die Runde, oder nicht? Oh Gott, ich bin so... Alter. Boah, wie lange ich schon kein Battlefield mehr gespielt habe, das ist so mies. Ich kann das gar nicht mehr. Achso, das verleiht mal nichts wie Fahrradfahrt. Ja, ja. Ist klar. Ich muss mal die Empfindlichkeit wieder höher stellen. Warte mal, Gameplay, Audio, hä? Steuerung? Ist denn bei... Wenn ich Empfindlichkeit einstelle, ist das da die Kontrolle-Empfindlichkeit? Ja. Ja, du kannst horizontal und vertikal einstellen. Jetzt wird's komplizierter. So, hat die Baguette ja aus Versehen angeklickt. Mhm, aus Versehen zweimal. Ja. Ist ja auch egal. Ähm... Na, Unruhe in Zeigefinger. Ja, ich glaube auch. Sollen wir denn mal ausprobieren mit einer neuen Party eben auf die Schnelle? Mhm. Hm, warte. Soll ich eine neue Party... Warte, pass auf. Ich mach mal eine neue... Dann machst du eine Party auf und wir joinen. Ich mach mal eine Party auf. So, warte mal. So, private Party erstellen. So, geht's sofort weiter. Ich probier das mal, ob das vielleicht klappt, ob das an der Party liegt mit den Soundproblemen. Ich starte mal eben eine schnelle Party eben neu. So, warte mal. So, warte mal. Wann kann ich denn hier alles einladen? Ich muss einladen... Äh... Oh Gott. Ähm... 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 Einladen. So. Jetzt müssen die anderen natürlich dann gucken, dass sie die anderen dann... Ja. Ich hoffe, das klappt alles. Ähm... Hi, Nan Resort. Ja, ja, ja. Ich bin alleine auf dem Server. Ähm... Nicht mal Versorger. Ich glaub, ich bin auf... Hallo, Marschall. Ich grüße dich. Hi. Willkommen. Hi. Hallo, Zipfeleinchen. Willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Sascha. Ihr müsst noch mehr bitte Dings vorschlagen, die... die anderen, die ich nicht eingeladen habe. Hab ich schon. Hast du schon vorgeschlagen? Das ist ja... Fehlt ja nur noch Danone. 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 Danisane von Danone. Mit Danone. Achso. Oh, so. Danisane von Danone. Ähm... La 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 la. Iiii, ich stand gerade in... 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 in Marshall. Iiii. Äh. Äh. Das ist... Wie war denn hier nochmal? Oh Gott, ich muss erst mal... Alter, ich muss erst mal gucken hier. Äh, bitte nicht schießen. Ich muss erst die Option einstellen. Ja, danke. Das finde ich aber nicht nett. Und danke dir, weil ich jetzt selber selber ein Bot habe. Ja, super. Ah, jetzt schon viel, viel besser. Ja. Ich schalte diesen Bastard jetzt aus. Ja. Tyrannimo. Oh Gott. Geht los. Ich bin noch... ich bin noch gar nicht bereit. Wieso steht denn da Feuermodus wechseln? Ich will meinen Feuermodus nicht wechseln. Ja, dann sitzt du mal drauf und dann wechseln ich schon. Das sind so Tipps. Ja, ja. Das ist... Aber schon... Ah, da oben lief einer. Ich hab einen gesehen. Bei... bei... bei A oben. Auf der oberen Etage. Lief jemand. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob der noch da ist. Ich geh mal gucken. Mit Danone. Pff. Da ist die Sahne. Von Danone. Mach, schmal, sagst du gar nichts. Ne. Ich werde so ab... ich werde so abholen. Party ist immer noch so. Ja, ich kann es nicht ändern. Das lief wahrscheinlich am Battlefield. Ich kann es dann leider nicht ändern. Tut mir leid. Äh, es ist... Ich denke mal, das haben eher die Probleme für sowas verursacht, die momentan bestehen. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass ich meine Waffe auspacke, die ich eigentlich immer wieder spiele. Und mal wieder reinkomme in Battlefield. Nee. Boah, hast du Glück? Nein, ey. Boah. Genau dann. Warte, mach ich. Was? Oh, nicht Glück. Äh. Kaffee runter, Granate! Kann ich hier eigentlich auch rutschen? Nee, ne? Nee. Auf Eis, ja. Buh. Eis, Eis, Baby to go. To go. Eis, Eis, Baby to go. Na, wo ist hier der... Wo ist hier derjenige, der hier hinter der Bar hockt? Ich kann das Spiel nicht mehr. Es ist so lange her. So, erstmal in Pringles. Ja, lass dich schmecken. Pringles ist immer... Boah, alter Pringles. Ich kann doch Uli reinkommen. Haha. 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 Die erste Frau. Der hinter der Bar gammelt. Der hinter der Bar gammelt, voll. Ding, weißt du? Endlich meine Frau umgebracht. Ich hab endlich meine Frau umgebracht. Yeah. Das kann ich mal von meiner Wunschliste streichen. Na, danke. Warte mal, hier lief doch... Hey, und Marcel auch. Ich werd bekloppt, Alter. Läuft bei mir. Na, total, ne? Ja. Na, abwarten. Ich pack gleich meine Claymore aus. Claymore Klaus. Aua, ey. Wer ist denn... Alter, ey. Alter, ich bin so am schwitzen. Meine Ellbogen rutschen vom Tisch weg, weil die so am schwitzen sind. Nein, Konsumer, so läuft das nicht hier. Na? Nein, so läuft das nicht. Nein. So funktioniert das hier nicht. Danke, Schatz. So, das spielen wir auch nicht. Entschuldige bitte, Alter. Ich wusste nur eben... Es tut mir leid. Es ist... Kannst du dann Leute zu animieren, hier mit reinzukommen? Ja, achso. Ja, klar, genau. Wenn ihr Lust habt, mitzuspielen, ihr habt Battlefield, dann spielt doch... Nein, ich hab keine Muni mehr. Alter, weil zu... Jawohl. Jawohl. So. Nein, verdammt. Äh, dann könnt ihr mitspielen. Wenn ihr Battlefield 4 habt, könnt ihr gerne auf den Server joinen. Entschuldigt bitte. Wir brauchen keine DLCs, wir haben extra... Genau, keine DLCs, es ist das ganz normale Hauptspiel. So, warte mal, vielleicht fange ich damit an, vielleicht ist es, glaube ich, besser. Wir spielen die ganz normalen Grundkarten. Hupala. Was ist denn jetzt auf einmal los hier, ey? Ich treffe keinen Meter mehr. Sascha ist los. Sascha ist los? Was heißt denn das? Ich treffe auch nicht mehr. Was ist denn hier? Ja, das ist... Die Cheaten. Was? Wie bitte? Verstehe ich nicht. Das gibt's nicht, ich treffe ihn nicht. Doch, jetzt... Ah, huha. Alter. Ja. Ja, ja. Oh, toll, super. Was? Willst du mich verarschen? Was? Alter, das ist nicht dein Ernst. Hallo, wir sind im selben Team. Ich glaube es nicht. Marshal. Alter. Du hast doch wohl den Hodensack gegessen. Alter. Das glaubst du ja wohl. Das ist so. Ja, sein eigenem. Du musst doch sieben Aluminium sammeln, um den Warp-Reaktor zu bauen zu können. Cool. Das gibt's nicht. Wieso stirbt er denn nicht? Ah. Sie. Entschuldigung. Treffe ich noch niemals. Weißt du, ich hab's nicht wegen Resi 7 kennengelernt. Echt? Seit Resident Evil 7, ich dachte, ich bin schon länger dabei. Okay. Na dann. Na dann. Und jetzt geht's mit Battlefield weiter. Ja. Nein, ich schieße nicht, mein Kollegen. Sowas macht man nicht. Hör auf damit. Hä? Achso, ich muss hier bleiben, ne? Ja, stimmt ja. Da war ja was. Ich muss ja bei der Fahne bleiben. Wer spielt denn hier mit dem Sniper? Danone. Toll. Danone. Da die Sahne von Danone. Ach. Danone. Kann das sein, dass du gerne Joghurts isst? Da ist jemand bei B. Oh. Oh. Nein, ich hab' nicht trugen. Das ist klein. Die Karte ist kleiner, ne? Kann das sein? Ja, weil das mal Vorherrschaft ist. Okay. Vorherrschaft. 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 Ich brauch hier Hilfe. Ich brauche, als du vorher mit dem Raketenwerfer runtergeschöpert. Nein. Okay. Wir kontrollieren, manzt Einsatz, Ziel Charlie. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, wir noch ein bisschen weggewerfen, ja. Es sind zwei draußen, glaub ich, oder was. Haha. Hast du eigentlich von mir irgendwas abbekommen? Bisschen, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Was war, geht's? Ich brauch nix mehr hier jetzt momentan. Ich weiß noch was, Bepi. Dazu sag ich jetzt nix. Wenn man... Was? 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 Wann machst du dem Gefängnis- Schauspiel weiter? Das Gefängnis-Schauspiel mache ich auf der Bühne weiter. Mal gucken, den nächsten irgendwann. Ich muss ja sowieso noch nachträgen. Ich glaube, ich werde morgen ausstreamen. Wir müssen morgen aufnehmen. Definitiv. Ich muss morgen ausstreamen und dann morgen aufnehmen. Weil sonst... Ich brauche was für YouTube. Sonst habe ich keinen Content mehr. Und ich mache mir jetzt schon Sorgen, obwohl ich gar nicht so viele Abonnenten habe. Ich meine, Überdrohner sind viel, aber trotzdem... Es ist so... Wie es ist. Oh, die Waffe ist echt geil. Welche? Die Wahl. Ich brauche da zu campen, wer auch immer da ist. Ja, dich meinte ich. Aua. Lass... Aua. Lass das. Alter, ich klemme. Das ist unfair. Ich klemme. Ich... Ich... Ich war im... Ey, das zählt nicht. Haha. Den Kill kriegst du nicht. Du hast dich selber angebracht. Ja. Hat dir noch was dafür, oder? Ja. Ich war am Klemmen. Man hat es gesehen. In der Aufnahme. Es war am Backen. Es war am Backen. Ohne Scheiß. Ach so, ist ganz schön buggy hier. Ja. Gut buggy. Da 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 bei Buggy. La 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 la. Den Film könnte ich auch mal wieder gucken. Und bei Spencer und Terence Hill. So. Hab ich gestern erst einen Film geguckt. Voll geil. Nein. Doch. Bei Roller. Da sniper hat doch schon wieder irgendeiner. Was sagen wir noch? Ja, ist das doch nicht wahr. Oh, ein HP-Schnicke. Halt die Fresse. Verstehe ich nicht. Jo. Die verstehst du nicht. Der hat nur noch einen. Nee. Jetzt nicht mehr. Du meinst, ist ja auch nicht schwer in HP-Schnicke. Doch Mann, wer klaupt mir denn den Kill? Ich glaube es ja wohl. Ach, der liegt immer noch am Boden. Natürlich. Er schimmelt am Boden. Klar. Sicher. Wo bist du denn? Flieseninspektor? Ehrlich. Oh ja, Mammorfrise. Oh geil. Wieso? Den haben wir doch eingeladen. Er kommt nicht rein. Wieso? Hab ich doch einladen. Eingeschrieben. Schreib dich mal ein für die Party. Ja, natürlich. Jetzt schimmelt er da oben. Es ist so klar. Es ist so. Es ist so eine Last mit dir. Es ist so eine Last mit dir, Schnicke. Es ist so eine Last mit dir. Ich wollte dich noch nicht mal treffen. Ich dachte, da rutschst du zwischen den Dingern hier unten durch. Es ist so eine Last mit dir. Ich muss mir sogar was zu trinken einschalten, damit ich es aushalte mit dir. Kannst du dir das vorstellen? Und es ist kein Urin. Daniel, ich wundere mich schon. Der sagt doch gar nichts. Das ist unfassbar. Aber es sah lustig aus wie die Knapp in die Ecke. Wer sind wir eigentlich? Sind wir blau oder rot? Es sah lustig aus, aber mich nicht gefallen. Grün. Wie grün? Nein, ich meine... Die Frage hätte ich mir selbst beantworten können. Toll. Sind wir blau oder rot? Sind wir blau oder rot? Das habt ihr eingenommen. Und das, was rot ist, haben wir eingenommen. Ah, so. Da nehme ich mal ein. Rot ist immer fein. Dann wisst ihr ja schon mal... Rot ist immer fein. Dann nehmt ihr... Dann wisst ihr ja schon mal, wo ich bin. Dann könnt ihr schon mal zu mir kommen. Siehst du, da ist doch schon wieder ein scheiß Sniper, der wieder mit seiner Kack-Sniper da rumgammelt. Ja. Das mag ich nicht. Ich hab nicht rumgegammelt. Von hinten vor allen Dingen. Mit dem Sniper. Und dann noch mit einer Schnellschuss-Sniper. Wie ich dieses Schnellschuss-Sniper hasse. Bei Battlefield. Pew, pew. Pew, pew, pew. Da kann ich nur die Pew-Pew-Pistole nehmen von Call of Duty Zombie. Aua, wer... Aua, was... Wer, wo, was? Hä? Wer schießt... Ich glaub's ja wohl. Heil mich mal lieber. Du bist doch ein Medic. Wer ist denn das hier? Ist das hier... Hä? Nein, sowas machen wir nicht. Nein. Nein, sowas... Nein, sowas machen wir nicht. Ach, da ist schon wieder einer ohne... Äh, Dings an... Stößchen. Stößchen. Achtung, wir haben... Hör auf, du Mutti. Survival. Oha, da läuft doch einer. Ich hör doch einen. Da hinten lief einer. Ich hab's genau gesehen. Anna Palme. Anna Palme. Ja, toll. Da, ich wusste es. Ganz genau, dass du das bist. Ich hab dich gesehen im Augenwinkel. Aua, 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 hör auf. Hör auf, du Mutti. Ähm... Nein, lass das. Wenn einer schießt, bin ich das. Sollst du dir merken. Das Schlimme ist, wenn ich einmal Battlefield anfange und ich komme rein. Es ist so... Sie werden mich alle hassen. Es ist so schlimm. Nein, nicht hassen, aber... Das Problem ist, wenn ich einmal wieder reinkomme... Wir können dich danach noch nicht mehr leiden. Ja, genau. Nicht hassen, nicht leiden. Was, wer, wo, was? Oh, Alter, was? Oh, haha. Wo denn? Ach, da oben. Ach, da. Ja. Ich seh ihn. 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 Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ah, einen hab ich. Haha. Yeah. Das Pärchen stand da gerade. Hab die Frau weggekillt. Dann geh ich mit dem Mann ein Bier trinken. Egal. So. Ich hätte ja sagen können, ich hab die Frau weggeknallt. Aber das klingt falsch, wenn ich das so sage. Aber bei so einem Shooter ist es so... Ja. Guck mal, das ist wie ein Leinchen. Guck mal. Das hab ich nicht weggeknallt. So. Ah, rrrr. Ist schon wieder im SM-Studio hier, oder was? Hallo Zeus, ich grüße dich. Schon mal für Battlefield 1 trainieren? Ja, ein bisschen. Ja, so ein Späßchen. Und haben gedacht, komm, wir machen mal Battlefield 1 so ein bisschen. Ich müsste ja eigentlich aufnehmen. Aber ich dachte mir, komm, wir machen mal was ganz anderes. Und ihr wisst ja, ich bin ja so Multitasking-fähig, was Streamer angeht. Ich zeig ja alles und... Ja, außer meinen Nackenkörper. Den darf ich bei Twitch nicht zeigen. Hier lief doch gerade einer. Wo ist der? Das kann nicht wahr sein. Hier lief doch gerade einer. Das war deine Illusion. Ja. Mein Ill... Ja, natürlich. Meine Illusion. Und Marshall erledigt mich. Alter. Du bist so fisch. Du bist so... Du bist so... Du bist so durch, ne? Ach, war alles ab. Der Claymore ging. Und vor allem ist es... Vor allem ist es das zweite Mal. Ich fass es einfach nicht. Es ist unglaublich. Komm, sei ehrlich. Du siehst mich gerne auf dem Boden liegen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Keine Schaden. Nein, lass das. Oh doch, sehr viel Schaden habe ich bekommen. Ohohohohoho. Konntest du mal, da musstest du aber nahe dran. Ja, ich schieße ohne. Sto. Nur mit Aim. Norm, Übung. Nein! Ah! Ich bin so hohlich. Ich verstecke mich. Weiß nicht, ich verstecke mich hinterm Tisch. Ist klar. Als ob sie mich da nicht sehen würde. Ist klar. Macht auch Sinn. Flex, du bist der Beste. Doch! Da schieß doch schon wieder einer, meine Schnellschluss-Sniper. Alter, wo willst du denn hin? Was? Ja, was denn? Oh, willst du? Nein, scheiße. Fuck, Consumer. Peng, peng, peng. Mist, den habe ich nämlich, den habe ich im Augenwinkel gehabt, den Consumer. Aber du bist mir gerade vor der Flinte gelaufen. Tut mir leid. Das ist, äh... Ich wohne nicht mehr beim Consumer. Trinkt nichts. So, es ist so geil. Das ist keine gute Idee. Verlangen, wie es wird überleben. So, so macht man das. Ah, verdammt. Was, hinter dir noch jemand? Nein. Sport euch das lieber. Hebt eure... Hebt das lieber für was anderes auf. Boah, ich liebe sowas. So schnelles... Schnelles Gameplay. Einer unserer Leute hat was abgekommen. Also schwerfinde, äh... Bounce auf. Nein. So macht man es nicht. Nein. Die hat so viel Bums. Das ist der Hammer, ey. Wer? Deine Waffe. Ja. Die PTV. Dann meinst du, warum ich die PTV so gerne spiele? Die habe ich damals schon bei Battlefield 3 so gerne gespielt. Das ist meine Waffe. Und wenn ich damit einmal warm werde. Ich muss jetzt mal eine Kabel kriegen, wo ein Sniper mobil ist. Boah, Gott. Boah, guck mal, 11 zu 15 mit einer Sniper finde ich gut. So. 11 zu 15. Oh Mann, ist das gut. Entschuldigung. Für Consumer. Claymore. Claymore Klaus. Für meine Verhältnisse ist das gut, ne? Claymore Klaus. Ich glaube, du hast mehr Klaus mit der Claymore gemacht, als mit dem Sniper. Ja, Nicole, ich nehme mit zwei oder drei Leuten mit der Claymore. 24, 15. Nein, komm. Ach, komm, ey. Das ist... Nein, komm. Das ist... Ach, cheater. Wer wusste es? Nein, ach, komm. Du weißt, was du angemacht hast? Jetzt ist die Party-Scheiße hier, willst du? Ja, Party-Scheiße. Battlefield kann ich nicht mehr, habe ich gesagt. Und, äh, nee.